Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Freiheit von Frauen gehört auch Folgendes. Niemand, wirklich niemand, hat das Recht, Frauen vorzuschreiben, mit wem sie eine Beziehung eingehen. Niemand hat das Recht, Frauen vorzuschreiben, was sie anziehen. Niemand hat das Recht, Frauen danach zu beurteilen, was sie tragen, ob Minirock oder Kopftuch. Zur Freiheit und Gleichheit von Frauen gehört, dass sie sich selbst ermächtigen können, damit sie ein eigenständiges Leben führen können. Dazu gehört, ihnen eine materielle und soziale Sicherheit zu garantieren. Das ist die Grundlage für Freiheit und Gleichheit.